Dann machen wir das doch mal. Dann gehen wir mal zu dieser Station in den Höllen-Schlund des Todes. Oh. Drop, drop, drop. Hier war der, ne? Oder? Moin. Schhh, relax. Just relax. Es ist etwas, was ich dir zeigen will. Es ist etwas, was du sagst. Ich hab mir von Anfang an gedacht, dass der irgendwie was im Schilde führt. Was? Oh nein, warum denn jetzt so? Ernsthaft? Ich konnte doch da gar nichts machen. Ist der ja auch am rumlaufen, das Vieh? Ich geb mein Bestes! Jaaaa! Herr, warum ist er jetzt gestorben? Sarah! You were right! Tell me. Did you see him? Did you see the spirit from the machine? What the hell did you do?! Don't you see? You killed me! You have direct access to the spirit's lair. None of us can reach it but you. You can go there anytime you want. Did you have the Jahngraper with you? Yes! But... You can even bring things with you?! Fantastic! I believe that the ether that you just came from is the home of the spirit from the machine. I believe that this spirit is Loki. Wait a minute, honey. You can't just assume that. We don't know... You are crazy! I've had enough of this! No, please! Listen to me! I'm sorry Henrik did that to you. We knew perfectly fine that it wasn't going to kill you. And it wasn't like we could ask you to... to die for us. I'm not a test subject! You... you can't kill me for some damn experiment! I promise! I'm sorry! I'm sorry! Please, please don't let the world end! Sarah! Tell her what you told me before! Beneath the shadow of Yggdrasir, in the well of wisdom, is where the final artifact key can be recovered. In the depth, under the tree of all things. But that is not all it holds. On your way to the depth, you should be able to recover another artifact. The Eye of Odin. When you die, you have to find orbs before you can return, correct? I do. If you activate the Eye of Odin on those orbs, then you will touch them with divine magic. Then, placing them in the keyholes won't just let you pass back to Midgard. It will let you destroy the ether, with the spirit left inside. We just need to find a route leading to the well. I know of one. What? I'm sorry I didn't tell you, Sarah. Before I got in contact with you again, I found the well. When I did, I thought I could fix all of this. And just like the All Father Odin, I sacrificed my eye for wisdom. Oh, Henrik. It didn't work. The route that leads to the well is underneath us. In the waste treatment plant. Scan my hand, and you'll gain access to it through the elevator. Okay. That should do it. Head down to the waste treatment plant. It should be a straight path from there. It should be a straight path from there. I'm being careful down there. Never let the lights go out. And the worst case scenario, you always have a young ape. Toll. Es war bisher noch nie ein einfacher Weg. Das wird ja immer alles besser hier. Also unter den, ja? Wie kommen wir denn jetzt da hin? Ähm. Muss ich hier lang? Und wir sollen das Licht nicht ausgehen lassen. Hat er gesagt. Ich speichere direkt nochmal. Haben wir das nicht nochmal machen müssen? Ist der Prof Lucky oder was? Ich, ich weiß es nicht. So, my question ist jetzt, wo müssen wir denn jetzt lang? Hier nicht, oder? Ne, ich glaub. Also ich verlaufe mich selber hier auch noch. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Toll, du hast gesagt unter uns. Aber wo muss ich denn hin? Unter uns ist eine Serie gewesen. Gibt es die noch? Weiß ich gar nicht. Muss ich hier lang? Ne, hier war dieser Gabentisch da, oder? Keine Ahnung. Alles so lecker hier. Ähm. Moin. Wo geht's denn hier hin? Achso, okay. Also müssen wir ja doch in die andere Richtung. Also war das ja doch schon richtig. Oder wir gehen links lang, aber links... Ah doch, warte mal. Zum Fahrstuhl, ne? Hier. Abfallentsorgung. Aber wir sind doch Abfallentsorgung, oder müssen wir 5? 5 müssen wir. Geht aber nicht, doch. Wir haben einen Schlüssel jetzt. Also eine erweiterte Abfallentsorgung noch unter der Abfallentsorgung. Abfallbehandlung nennt sich das. Hm. Wieder ins Blümchen. Huiiii. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass wir diese Spinnenmenschen nochmal wieder sehen werden? Warum sind wir jetzt im... Wieso sind das alles riesige Bäume und... Uh. Das finde ich schon cool, ne? Ich komme mir grad vor wie so eine kleine Ameise, die durch einen Getümpel läuft. Alter, diese riesen Tropfen. Was war das? Oh, ein Speicherpunkt. Was war das? Oh, ein Speicherpunkt. Die Abfallentsorgung findest du richtig viel Matsch, ja? So. Nehmen wir mit. Drei Batterien müssen wir aufladen. Natürlich müssen wir nach unten. Mh. Eine riesen Schlange. Lecker. Oder was auch immer das war. Was hat mich denn da... Oh nein. Was hat mich denn da angesaugt und nach... Wohin auch gezogen? Iiii. Bin ich hier bei Alien oder was? Brüten hier gleich die Eier aus? Ich würde nur zum Speicherpunkt. Wäre ganz lieb. Vielleicht da hinkommen könnte. Hallo, ich würde gerne speichern. Hä? 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 Muss ich echt rumlaufen? Die riesen Python. Oder was auch immer mich da angegriffen hat. Ich habe keine Ahnung von... Ich sehe überhaupt nicht, wo ich lang muss. Da ist es bestimmt eine ganz tolle Idee. Das hört sich alles so eklig an. So. Äh. Ich komme... Ich komme... Ich komme gar nicht... Ah, jetzt. Ich wollte doch gerade sagen. Ich komme nicht raus. Ich muss hier raus. Kennt ihr das Video von TikTok oder so oder von Facebook-Videos, wo so ein Junge im Bus steht, wo er vergessen hat, den Knopf zu rücken und der Busfahrer will eigentlich weiterfahren und er so, ich will hier raus. Das ist... Das ist... Dieses Video... Habe ich schon so häufig gesehen. Ist halt immer noch lustig. Wie er es aber auch sagt und so betont. Dr. Thomas Jamieson. Juttenheim Operations Supervisor. Day 3. Wir haben die drei Tage die letzten drei Tage zu setzen. Buss. Buss. Was? Und der... Oh nein. Oh, sechs. Toll. Ich will hier gar nicht sein. Da hinten ist noch was. Oh, das ist alles nicht toll. Ich will das gar nicht sehen, wie das aus... Er spinn, ihr Schlangen. Kann es noch was Schlimmeres geben? Ich mach Licht aus, dann sieh ich's nicht. Hallo. 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 Ich muss wieder mal schlagen. Wo sind die drei, ihr wisst? Oh... Oh, Alter Oh... Geh weg. Oh, lass mich. Riesenmade, oder keine Ahnung was es es ist. Huiichii. Ah, voll schön hier. Toll. Und, äh, oh nein, oh nein, ich falle, oh nein, ich falle auch noch, iiiiih. Ich falle auch noch ins Wasser, ich bin so toll. Na, spring doch da. Ich hab gedacht, ich schaff den Sprung. Wahrscheinlich kann man den auch schaffen, nur ich bin so blöd dafür, so. Ich darf nur nicht ins Wasser springen. Huah. Au. Hui. Ist das Wasser? Ja, Schlamm irgendwie. Wenn ihr kleine Würmer sind, gibt's hier auch was Großes. Aber wieso hat es uns nicht aufgefressen, frage ich mich. Dieses große Vieh, was uns da runtergezogen hat. Und fressen wir mal runde, runde Tunnel? Ich pasche das Licht aus. Pitsch, patsch, pitsch, patsch. Aber ich hasse es, wenn es mehrere Wege gibt. Das ist genauso schlimm wie bei Soma damals. Boah, alter, iiiih, wie das am Pulsieren ist bei dem. Das sieht komisch aus. Ich bin weg, ciao. Moin. Ist mir egal, ich renne hier einfach durch. Haben wir eigentlich Ausdauer? Ich hab gesagt, nicht das Licht ausgehen lassen, ne? Hier in den Tunneln würde ich das mal machen, um ein bisschen zu sparen. Die werden ja mal größer. Ciao. Gleich plumpsen die so runter. Plum, 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 plum. Ich will die einfach nur weg. Das ist alles eklig. Oh nein. Es gibt kein Zurück mehr. Und kein Speicherpunkt, ne? Wenn der rechts geht, gehe ich links. Was ist das für ein Riesentunnel? Bin weg, tschüss. Lauf. Äh. Wir haben den letzten Schlüssel, ne? Ach, ist ja nur ne Tür, die hier sich öffnet. Das ist ja super praktisch. Äh. 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 Tschüss. Äh. Äh. Lass mich, geh weg. Ja. Ja. Drück den scheiß Knopf. Alter. Der Wurm wird doch nochmal wiederkommen, oder? Der hat sich doch nur kurz vorgestellt. Alter. Vor allem, wieso hat der uns nicht aufgegessen, wie der uns runtergezogen hat? Oh ja, speichern. Richtig fett abgewurmt hat er. Schön den Band wurmen. So, hinein ins grüne Dingem. So, da wären wir schon. Ja, natürlich. Sarah, was ist passiert? Oh, du bist zurück. Ich habe die Verbindung mit Henrik verloren. Ich glaube, der Geist hat sich in die Basis wieder genommen genommen. Bitte, inserte das Kabel in die Absalov-Tablet und dann... Mach mal. Du nütze Odins Auge nicht, bevor die... Ja, das Auge haben wir ja. Schlüsseleinsätze einsetzen. Auge benutzen. So ist die Reihenfolge. Das ist ja nicht so gut gelaufen. Oh nein. Okay. Okay. You're back, Adam. I sent you the usage of this world. And this is how you remain. By trying to destroy it. And kill me. Do you really think I would allow you to do this? The 90s are getting after all. The home of midnight is... Tschüss, tschüss. There's no need for you to do anything here. Hä, kann ich jetzt nicht aufnehmen? Also doch. I would choose you to go forever. Ich kann das machen. Aber sowas von ich werde dich zerstören. Ich muss hier irgendwo anders hin locken. Kommst du mal hier hin? Das wäre ganz nett. Danke. So. Ja. Das sieht gut aus. Immer schön hier lang. Er so da so. Ich so hier so. Ich so das so. Ich so hier so. Ich so hier so. Und ich dann so. What the fuck.